So, hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video und zwar möchte ich erstmal sagen, das letzte Giveaway ist beendet. Nachdem wir jetzt die Keys bekommen haben, habe ich es natürlich sofort ausgelöst und habt ihr mir in den kommentiert. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nochmal. Ich habe jetzt noch zwei Kopien, da ich nicht live streamen darf und auch keine anderen Deadmatter-Videos derzeit hochladen darf, werde ich jetzt einfach nochmal genauso ein Giveaway-Video machen, weil ich werde es eh jetzt raushauen. Die Leute wollen jetzt denke ich mal nicht closed alpha. Ich habe auch schon ein paar mehr gelesen. Irgendwie die wollen das Spiel irgendwie kaufen oder teurer kaufen, keine Ahnung. Ich verlasse es, ich werde es nicht verkaufen, weil das ist nicht meine Institution. Ich hätte gerne gestreamt, ich hätte auch gerne YouTube-Videos gemacht, kann aber natürlich das verstehen, dass es eben nicht gewollt ist von Nicht-Partnern und so weiter und so fort. Ich habe auf jeden Fall schon gespielt. Ein Video wird der Tage denke ich mal noch kommen, wenn man eine vergrößerte Meinung habe und werde die kundgeben. Abonniert natürlich den Kanal, gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt in die Kommentare, was eure Meinung jetzt derzeit ist von dem Game. Ihr habt jetzt mit Sicherheit schon einige Videos gesehen, der eine oder andere hat es vielleicht sogar. Dann müsst ihr natürlich nicht beim Giveaway mitmachen, aber schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was eure gerade Meinung ist von dem Spiel. Und dann sage ich, viel Glück, Auflösung kommt dann im nächsten Video und viel Spaß beim Zocken und wie auch immer. Bis dann, tschö.